100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000... So viel! Ich ziehe meinen Revolver und sage, das ist ein Überfall, Geld ohne Leben und so weiter, bla 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 bla. Wenn ich jetzt schon im Kassierer das Geld bekomme, rufe ich raus hier. Hörst du? Raus hier! Raus hier! Hier fahren wir's. Hier runter. Dann kommt die Kurve. Dann geht's hier rin. Zehn Minuten. Wir hätten nur zehn Minuten früher da sein müssen. Aber nein, das Fräulein muss ja doch unbedingt unterwegs auf die Toilette. Sag mal, hättest du das nicht hier erledigen können? Das ist der Kaffee, da muss ich immer. Muss ich mir halt einen neuen Plan überlegen. Es war groß. Ja, es war toll. Ja. Hey, die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Ja. 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 Ja.